Oft gibt es Anlässe, die uns an den Verlust geliebter Menschen erinnern. Dies können Feiertage sein, wie Allerheiligen, Totensonntag oder Volkstrauertag. Aber auch die herbstliche Stimmung und das kommende Jahresende sind oftmals Anlass, an liebgewordene Wegbegleiter zu denken, die heute nicht mehr da sind. Oder Erinnerungen werden geweckt durch ein Lied, einen Geruch, einen anderen Menschen. Vielfach kommt das Bedürfnis auf, verstorbene Menschen, die uns im Leben wichtig waren, zu besuchen oder ihrer zu gedenken. Wenn wir einen geliebten Menschen verlieren, dann müssen wir im Leben oft ganz neue Wege gehen. Gemeinsame Rituale oder Aufgabenverteilungen, die für uns so selbstverständlich waren, gibt es plötzlich nicht mehr. Ein Teil des eigenen Seins ist entwurzelt. Erst mit der Zeit reift allmählich die Erkenntnis, dass ein geschätzter Gesprächspartner, Lebensbegleiter oder Freund einfach nicht mehr da ist. Der Tod ist eine unumstößliche Tatsache des Lebens, das wissen wir alle. Trotzdem ist es schwer, den eigenen Weg der Trauer zu finden und das Endgültige auch als endgültig zu akzeptieren. Manchmal kann es helfen, sich auf Rituale und Traditionen zu besinnen. Warum nicht eine Kerze zum Gedenken an einen Verstorbenen anzünden? Oder vielleicht dem Verstorbenen Blumen an sein Grab legen? Die Verabschiedung von einem Menschen, der einen für lange Zeit begleitet hat, ist ja etwas sehr Persönliches und tief Bewegendes. Und dieser Abschied braucht Zeit. Geben Sie sich diese Zeit.